In dem Video geht es einmal um Kraftstoffpumpen. Es gibt eine Riesenauswahl und wie man die richtige Entscheidung trifft, erkläre ich euch jetzt. Kraftstoffpumpen gibt es von zahlreichen Herstellern. Angefangen bei Bosch, was so der klassische Erstausrüster bei Fahrzeugen ist. Im Tuning-Bereich dann über Valbro, AEM, Datchworks, Fuel Lab. Uff, ja, sind natürlich jetzt die, die ich aufgezählt habe, die wir auch anbieten. Natürlich gibt es noch viele mehr. Häufig haben so gewisse Pumpen den gleichen Ursprung. Technisch gibt es eigentlich nicht viele große Unterschiede, aber die Unterschiede, die es gibt, auf die möchte ich einmal eingehen und euch mal so ein bisschen die Unterschiede erklären. Ganz grundlegend kann man sagen, nehme ich eine universelle Kraftstoffpumpe, die ich im Tank verbaue mit einem entsprechenden Adapter. Oder nehme ich eine Pumpe, die direkt für mein Fahrzeug gebaut ist, die dann Plug-and-Play austauschbar ist. Oder eine universelle Pumpe, die ich inline verwende, das heißt außerhalb des Tanks mit einer Vorförderpumpe oder auch nicht Vorförderpumpe mit einem Catch-Tank etc. Bei der Wahl der fahrzeugspezifischen Pumpen ist es relativ simpel. Kann ich auf was von Datchworks zurückgreifen, wie zum Beispiel diese hier. DW 65V ist speziell gebaut für den Einbau bei diversen VW-Motoren, passt direkt in den Tank, in die orgealen Aufnahmen, hat die gleichen Schläuche dran und ist dann freigegeben für eine Leistungsangabe. Fertig, passt, mehr braucht man nicht. Will man dann mehr Leistung fahren, kann man die als Vorförderpumpe benutzen und dann mit einer größeren Pumpe inline arbeiten, um entsprechend viel Leistung zu produzieren oder viel Kraftstoff nach vorne zu fördern. Damit ist die Auswahl für Fahrzeug spezifisch relativ simpel. Jetzt gibt es natürlich Fahrzeuge, wo das Ganze nicht passt oder es gibt diverse, also wo es keine Pumpen für gibt. Oder es gibt diverse Anwendungsbereiche, wo doch eine stärkere In-Tank-Pumpe verbaut werden soll. Da muss ich dann gucken, dass ich mit einem Adapter arbeite. Hier hat zum Beispiel 034 Motorsport einen schicken Adapter für die klassischen, ich greife jetzt mal so, die klassischen Aeromotive oder Valbro Pumpen erschaffen, womit ich diese Pumpen dann in einem S4 Tank einbauen kann. Gibt es verschiedene Adapter, verschiedene Hersteller, kann man sich dann auswählen. Perfekter Übergang, das ist die klassische ehemals Valbro, jetzt Aeromotive, gibt es auch von Ditchworks und von Divert. Diversen Herstellern, klassische damals genannt Valbro 255 Liter die Stunde Kraftstoffpumpe. Ist eine kleine Pumpe, hat eine unglaubliche Förderleistung, komme ich gleich nochmal darauf zu, wie sich diese Förderleistung berechnet. Gibt es in drei verschiedenen Varianten, je nachdem welcher Schnorchel hier vorne dran ist, welches Sieb etc., muss ich jetzt nicht unbedingt darauf eingehen. Hat 39 Millimeter Durchmesser, gibt es wie gesagt von diversen Herstellern. Ich würde behaupten, alle haben den gleichen Ursprung vom gleichen Werk, also es ist nur ein unterschiedliches Label drauf. Aber ja, das ist nur eine Behauptung an der Stelle. Valbro bietet dagegen jetzt noch eine neue Version an, mit ein bisschen größerem Kopf. Das ist eine 525 Liter Pumpe. Gibt auch noch eine 400er Version oder 450 oder irgendwie sowas. Hängt davon ab, wie viel Kraftstoff man wirklich braucht. Und dann gibt es das gleiche auch nochmal hier von Ditchworks. Auch eine kleine 39 Millimeter Pumpe, ähnlich der Valbro oder der Aeromotive. Sieht man, dass die nahezu identisch sind. Was einen ganz großen Unterschied bei Kraftstoffpumpen darstellt und worauf man immer achten sollte, ist die Angabe der Durchflussmenge. Das heißt, wir haben eine Angabe von 200, 300, 400, 500 Liter pro Stunde. Was mir dann effektiv den Rückschluss geben kann, wie viel Kraftstoff brauche ich, wie groß sind meine Düsen, wie viel Luft brauche ich dazu, um auf welche Leistung zum Schluss zu kommen. Nur leider ist diese Angabe nicht die Angabe, die real im Betrieb der Pumpe oder im Fahrzeugbetrieb dann die richtige Angabe ist. Sondern es ist die Angabe, was die Pumpe maximal schafft. Und maximal schafft so eine Kraftstoffpumpe aufgrund der technischen Bauweise immer bei Nulldruck, sprich bei drucklosem Zustand, die maximale Förderleistung. Also das Maximale wird nur erreicht, wenn kein Gegendruck da ist. Da ich aber nur meinen Kraftstoffdruck habe in meinem Fahrzeug und hier von mindestens 3 Bar spreche oder auch 4 Bar oder 5 Bar, je nachdem wie viel Ladedruck ich fahre, muss ich darauf achten, wie viel Förderleistung hat denn diese Pumpe eigentlich bei dem und dem Gegendruck. Und jetzt gibt es, und das ist nämlich der feine Unterschied, Hersteller, die gar keine Informationen dazu liefern. Das heißt, ich bin mehr oder weniger ahnungslos, was passiert bei 4 Bar Kraftstoffdruck. Und es gibt Hersteller wie zum Beispiel Deachworks, die ein Diagramm mitliefern bei der Pumpe. Und es gibt welche, die Diagramme halt im Internet anbieten oder wo wir das im Online-Shop auch schon gelistet haben. Das heißt, ich persönlich würde immer schon mal auf einen Hersteller zurückgreifen, der auch ein entsprechendes Diagramm anbietet, damit ich auch genau weiß, welche Förderleistung habe ich bei welchem Druck. Und dann gibt es nochmal kleine feine Unterschiede, wie zum Beispiel FuelLab, die ein Diagramm mitliefern zu der Pumpe, exakt zu dieser Pumpe. Auf dem Diagramm, wenn ich hier mal drauf schaue, sehe ich die Seriennummer der Pumpe und ich sehe dazu passend meinen Graphen, welche Förderleistung und welche Stromaufnahme. Bei Deachworks zum Beispiel gibt es ein beispielhaftes Diagramm. Hier finde ich keine Informationen über die Seriennummer der Pumpe. Demnach ist es exemplarisch, würde ich aber behaupten, dass es ziemlich genau zutrifft auf die Pumpe, die man da auch hat. Wie man so ein Diagramm liest, ist eigentlich relativ simpel. Hier ist es angegeben in Gallonen pro Stunde, manchmal auch in Liter pro Stunde. Gallonen zu Liter rechnet man um mit 3,785. Hier auf der X-Achse habe ich den Kraftstoffdruck angegeben, das heißt hier in PSI angegeben. Dann muss ich durch 14 rechnen, komme ich auf bar und kann dann relativ einfach anhand meines Gesamtsystemdrucks herausfinden, welche Durchflussmenge die Pumpe mit diesem Druck schafft. Gesamtsystemdruck müsst ihr immer so ein bisschen darauf achten. Das ist der Kraftstoffdruck eures Kraftstoffdruckreglers plus den Ladedruck, den ihr fahrt bei Tobomotoren. Dann komme ich auf den Gesamtsystemdruck und der ist ausschlaggebend für die Förderleistung. Und dann habe ich hier unten das zweite Diagramm. Hier sehe ich, bei welchem Kraftstoffdruck die Pumpe welche Stromaufnahme hat. Das ist in vielen Punkten relevant. Stromaufnahme ist auch effektiv ein Leistungsverbrauch durch die Lichtmaschine. Insofern kann man hier auch darauf achten, wie viel Strom geht da eigentlich durch. Und man kann insbesondere darauf achten, welche Kabelstärke brauche ich, um die Kraftstoffpumpe richtig zu verkabeln. Eine Besonderheit bei dieser Kraftstoffpumpe von FuelLab, die besonders groß ist und besonders viel Mengendurchsatz hat, ist, dass sie elektronisch geregelt ist. Deswegen gibt es hier so eine zweite kleine Linie. Das ist mit reduzierter Geschwindigkeit. Die Pumpen lassen sich über einen externen Controller oder auch über den passenden Kraftstoffdruckregler steuern, sodass die Durchflussmenge immer variabel ist zu der Leistung, die der Motor gerade benötigt. Somit halte ich meinen Kraftstofffluss gering und kann praktisch dafür sorgen, dass nicht so viel Kraftstoff zurückläuft wieder in den Tank und damit der Kraftstoff nicht ewig zirkuliert. Durch das ewige Zirkulieren von Kraftstoff habe ich eine Erwärmung und ein warmer Kraftstoff ist effektiv nicht gut für die Leistung. Und zudem sind diese Pumpen auch noch mit einem bürstenlosen Motor. Das heißt, ich habe Nullverschleiß und auch weniger Wärmeentwicklung und auch weniger Stromaufnahme für entsprechende Förderleistung. Diese Technologie ist hier natürlich in einer schönen großen Pumpe verbaut. Und da hat sich die Firma Datchworks gedacht, die arbeiten hier mit Bosch zusammen, dass sie diese Technologie auch in solch eine kleine Pumpe reinbekommen. Hier ist der Controller dann extern. Das ist halt die Box, die hier schon integriert ist. Und ja, okay, sie hat jetzt nicht die Förderleistung von solch einer großen Pumpe, aber es ist zumindest eine gleiche Technologie, also eine bürstenlose Pumpe, steuerbar, wird über einen Controller angesteuert, über das Steuergerät etc. in einer kleinen In-Tank-Pumpe verbaut. Die wird verwendet in den meisten Fällen für neuere Fahrzeuge, wo serienmäßig auch eine steuerbare In-Tank-Pumpe drin ist und ist dafür das Direct Replacement, wie man so schön sagt, der Plug-and-Play-Austausch. Würden wir nur empfehlen, wenn ihr mit freiprogrammierbaren Steuergeräten arbeitet, die das auch können oder eben, wenn ihr ein Fahrzeug habt, wo schon original eine bürstenlose, PWM-gesteuerte Kraftstoffpunkte verbaut ist. Pumpe. Eine absolute Hightech-Pumpe, die wir leider hier noch nicht haben, zum Zeit des Videodrehs leider noch nicht am Lager hatten, blenden wir aber jetzt mal schnell ein, ist die Fuel-Lab HE Series Pumpe. Das ist eine Kraftstoffpumpe, die auf einem ganz neuen Prinzip basiert. Hier ist es ähnlich wie bei einem Schraubenkompressor, es ist eine Schraubenpumpe, das heißt, die hat keinen elektrischen Motor drin, der direkt über einen Schaufelrad den Kraftstoff befördert, sondern es sind zwei Schrauben, also zwei Wellen, die den Kraftstoff wie bei einem Schraubenkompressor die Luft nach vorne befördern. Diese Pumpe hat die Eigenschaft, dass trotz sehr hoher Förderleistung eine sehr geringe Stromaufnahme da ist und ein extrem geringer Druckabfall, ich würde mal sagen fast null, wie man hier ganz deutlich in diesem Diagramm erkennen kann. Also nochmal zusammengefasst, Inntankpumpe oder externe Pumpe, welche Technologie brauche ich, brauche ich eine bürstenlose Pumpe, brauche ich eine steuerbare Pumpe oder möchte ich eine krasse Schraubenkompressorpumpe haben? Das sind die entscheidenden Fragen und wenn ihr dann schaut, welcher Hersteller, schaut nach einer Firma mit Diagramm, guckt euch genau die Zahlen an und achtet darauf. Wenn ihr weiterführende Fragen habt, helfen wir euch in unserem technischen Support gerne weiter. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid und bedanke mich fürs Zuschauen.